Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Schön, dass Sie mir einen Moment Ihrer Aufmerksamkeit schenken. Heute möchte ich, dass Ihnen ein Licht aufgeht, nämlich mit unserer LED-Taschenlampe LTL 315. Superhelle 3 Watt Greh-LED mit fokussierbarer Linse. Handlich, genial, leicht, super, robust und extrem leuchtstark. Mit dieser Taschenlampe haben Sie in allen Situationen die perfekte Lichtquelle zur Hand. Auf Reisen, in der Freizeit, für handwerkliche Arbeiten oder bei Autopannen. Die ultrahelle Greh XPE-LED mit 3 Watt High-Power sorgt bei jeder Gelegenheit für gleißendes, helles Licht. Bis zu 150 Lumen Lichtstrom ist sie sogar 150 Mal heller als eine herkömmliche LED. Und dabei verbraucht diese innovative Lichtspender nur ganz wenig Batteriestrom. Die Hightech-Taschenlampe verfügt über zwei Leuchtmodi und so neben der vollen Leuchtkraft auch über eine Funktion für gedämmtes Licht. Mit dem praktischen Drehmechanismus regulieren Sie die Leuchtweite ganz bequem mit einer Hand, stufenlos. Das griffige Designgehäuse aus hochstabilem Aluminium steckt auch härtere Einsätze locker weg. Zudem ist die überaus stabile Lampe vor Staub und Spritzwasser geschützt. Diesen und viele weitere Artikel finden Sie auch bei Pearl TV. Sie empfangen uns im Kabelnetz, über Satellit oder jederzeit auch im Livestream im Internet unter www.pearl.tv. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.